schaue ich mal ob das so funktioniert wie es mir vorstelle ich mache mich mal hier ein bisschen lauter ich muss hier noch ein paar Sachen gleich ist es soweit Soundeinstellung ich schaue mal ob es funktioniert wie ich es mir vorstelle ich sehe natürlich gleich keinen Stream weil alle drei nicht schön verlegt sind aber ja ich hoffe einfach das Beste schauen wir mal ob das jetzt so funktioniert wie ich mir das vorstelle ein theoretisch müsste das jetzt funktionieren dass ich hier jetzt ja Overlay mit Cam mache ich heute nicht an weil das sonst laggen würde das ist halt das Problem hey oh holy shit das sieht nicht ganz richtig aus schauen wir das gleich nochmal an das muss ich noch umändern ja junge Hintergrund sieht richtig scheiße gerade aus deswegen so eine fette Aufklärung hatte ich lange nicht mehr jetzt sind die ganzen Autos weg schade aber vielleicht kriegen wir gleich ein GTA naja nicht GTA ähm GTS oder GT3 oder also naja nicht mehr okay ja diese sind immer noch ein paar Ich habe gerade mein Lenkrad, mein altes, an meinen Tisch geklebt, jetzt wollte ich erst noch ein bisschen das ausnutzen, weil ich will ja jetzt meine Triple-Monitore benutzen und schauen, wie das ist. Deswegen. Ja, da kann ich jetzt auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Triple-Monitor-Spiel und damit Sachen zu spielen. Ich glaube, das läuft nicht ganz gut. Aber ich schätze, ich kann das hier nicht umstellen. Lass mich raten, wenn ich jetzt Surround umstelle. Ich muss streamen, ich glaube, bis gleich. Lauert ich mal gleich den Stream wieder an.